Und noch eins, meine Güte, meine Güte. Ja, aber jetzt schau dir mal an, Manni, wie einfach das ist. Das ist natürlich längst die Entscheidung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt, das Ding ist gelaufen.